Hallo meine Bärchen und herzlich willkommen bei einem weiteren Part mit The Walking Dead. Ich glaube wir springen gleich sofort in eine Cutscene rein. Ich bin mir noch nicht sicher. Ähm, oh, klopf. Ja, doch, okay. Ich muss sagen, ich hoffe, dass deine Leute sicher sind und sicher. Elinor hat mich gefragt, bevor wir zuerst, um sicherzustellen. Oh, ja? Ja, Herr. Das ist das, was ich mache. So, warum sie nach Bärchen für dich, ich habe keine Ahnung. Ich meine, sie gar nicht selbst kennt dich. Und du kennst dich nicht, um sie zuerst. Das macht ein Mann zu fragen, du weißt? Hey, ich habe nicht gefragt, sie hat das alles selbst gemacht. Ja, ich glaube, sie hat ihre Reasons für Dinge, aber ich kann niemals herausfinden, was sie sind. Oh, okay. Oh, da ist ein Feuer. Nein. Oh, oh. Oh oh. Sehr gut. You'd come back and you did. Kate and your brother, where are they? We got pulled apart when that huge bunch of Muertos showed up. Kate yelled that they were going to try to make it back to the van. Then that's where we're headed. Let's go find your brother, sweetheart. Sweetheart? Oh no. Hallo? Oh no. 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 They're trapped in there. Arianna, stay back. Oh. Hello, hello. Gatch. Als ob ein Spupser mit einer Waffe den umhaut. Oh. Schon eklig. Hi. Küssen? Mäh. Mäh. Nee. Tim hat mit seinem Vater auch gemacht. I wanted to come after you. I swear I did. You don't have to snot all over my shirt about it. I thought we were dead. Like, never gonna see you again dead. We only had a couple bullets left. Dead? Hat er gerade dead gesagt? Oder Dan? So ist Kate. So ist Mari. That's all that matters. Oder ist er die Fläche? I was just so scared. Oh. Oh. You don't have to be scared. Ich wollte nochmal eine andere Antwort anklicken, aber okay. You hurt yourself. You must have scraped you in the truck. Didn't even notice. Hey. At least it's not a bite. Well, not much we can do about it here. I've got a lady friend who's a doctor. Soon as we get back to Prescott, she'll pat you right up. I'm tripped by the way. Pleasure to make your acquaintance. We should be getting back. Don't want to push her luck. Who's the kid with the gun? Does she have a name you want to share with us? Or are you going to make me do my own introductions? Clementine's a friend. Hi there. Glad I was able to help. Well, we're very grateful to you. Really. There's a town nearby. It's safe. I like the sound of that. Oh my god. Javi, do they have hot water? Even like lukewarm water would be okay. Ah, and bubble bath. Wouldn't bubble bath be amazing? I think so. Right, Trip? Well, I guess you'll find out. I thought you'd been to this place. I have. I just... I didn't have much time to relax in my jacuzzi suite. You know? Between you and me, these kinds of missions don't usually go so well. But you found every single one of your people. And you found them alive. Healthy. Reasonably cheerful. It's a hell of a thing. Guess I'm a lucky guy. Luckier than anyone I've ever met. Ah, das mit dem Van ist echt doof. Scott, you still owe me a working ride. I haven't forgotten about our deal. You couldn't have known what happened to your van, but still, I need some way out of here. Don't worry. I haven't forgotten our arrangement. I know it's not the easiest thing to find, but... Cool. 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 Mari! Fucking thieves! Really fine if you just ball back in here like nothing happened? I don't think so. Ja, du bist auch dumm. Sorry, aber. Nein, nicht du auch noch. Oh Gott, Gott ist sie. Kate braucht einen Doktor, das bedeutet, dass wir gehen müssen. Wir haben eine Fenze hier, Mann. Wir müssen uns weiterentwickeln, bevor sie wieder anfangen. Ich kann sie nicht so weit weg. Ich werde nicht. Du willst auch sterben? Du denkst, das wird dir helfen, deine kleine Frau? Dann schau mal auf, und schau mal. Es ist Zeit, Mann. Wir bleiben hier, und wir haben es geschafft. Wir müssen hier rauskommen. Wir müssen hier rauskommen. Ich habe schon einen von euch gebeten. Wenn wir sie nicht, sie kommen, sie kommen nach deine Familie wieder. Lass Tripp sie helfen. Du bleibst mit mir. Was? Nein, Javi, du musst mit uns kommen. Javi, bitte! Ich glaube, Javi. Wir müssen das jetzt enden. Nein, Javi, bitte mit uns kommen. Javi, bitte! Ich muss mit meiner Familie bleiben. Geh, ich werde sie weg. Ich habe sie weg. Ich habe sie weg. Ich habe sie weg. Oh, net. Ich hoffe, wir sehen Clem nochmal wieder. Garantiert werden wir sie wiedersehen. Kate, wake up! Kate! Kate! Oh, was soll denn das? Wir haben sie doch gerade erst wieder. Ah, das gibt's doch nicht. Genial, wie das immer alle so ungefähr 50-50 haben. Was? Die meisten haben ihn. Hm. Okay. Oberwiegend wurden eingesperrt. Wahrscheinlich weil die meisten halt auf timeinais Seite waren. Ey, wer war denn so doof und hat Clem ins offene Feuer laufen lassen? Oh, das ist aber richtig 50-50. Wo mit der Familie? Bei Clem geblieben? Oh, wir hätten bei Clem bleiben können. Ich frage mich, hätten wir dann jetzt auch schon Schluss gehabt? Also, hätten wir jetzt auch schon hier einmal einen Cut gemacht? Oder wäre die Episode dann noch ein bisschen weiter gegangen? Das würde mich jetzt auch interessieren. Ah, okay. Interessant. Gehen wir jetzt sofort in die zweite Episode rein? Oder müssen wir uns da hinklickern? Okay, wir müssen uns hinklickern. Äh, zweite Episode starten. Ja, auf jeden Fall sehen wir Clem nochmal. Ob wir jetzt mit, wie auch immer er nochmal heißt, zu Clem gehen oder alleine. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ich würde schon gerne, dass die beiden Gruppen sich irgendwie zusammenfinden. Beziehungsweise, dass die Gruppe Clem mit aufnimmt. Allein, dann hat sie halt Rückenstärkung bei einem Versuch, AJ wiederzufinden. Rückblender? Rückblender, okay. Ah, okay. David war der Bruder, stimmt. Ich bin eine Probe an diesem Punkt. Ich bin ein Experte, relaxer. Wenn nur du nicht ein Degenerer-Gambler bist, auch. Ouch. Damn, zu schnell. Ich weiß, dass du nicht mindst, aber ich werde nicht hier noch lange sein. Ich weiß, dass ich hier noch ein bisschen zurückgekehrt bin. Du bist richtig. Ich bin nicht mindst. Aber David macht es. Ist das alles? Vielleicht ein bisschen. Na, eigentlich, ich weiß, dass ich das gesagt habe. Aber das war nicht für mich. Ich habe es einfach vergessen. Sorry. Vergiss, du sagst, was? Danke. Also, woher du denkst, dass du gehst? Ich weiß. Mit dem, was passiert? Ich würde mich überraschend, wenn ich einen Job-assistent-T-Ball beherst. Du bist auf deinen Fuß. Hier ist es hohen. Ich könnte ein freshes Start. Ich würde wahrscheinlich nur überraschieren. Ich weiß, was da ist. Will ich mit dir mit dir? Hä? Natürlich. Norwegen ist auch noch so ein richtiger Traum von mir. Ich werde einfach nur hier sein. Oh, Gott. Oh, schade. Oh, schade, 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 schade. Das war der Armee der David. Oh, er wird so schade. Ich kann ihn schon hören. Oh, es ist so schade. Oh, er wird richtig, richtig sauber gemacht. Oh, er wird so schade. Oh, er wird so schade. Oh. Oh, er wird so schade. Oh. 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 Ach, Havi schon. Oh, das ist ein wenig. Wow. Wow. hallo und du wolltest doch gerade abhauen okay also kate ist so ein bisschen doppeltes gesicht um Jesus fucking Christ No exit wound Bullets in there, deep Gotta get it out to know how bad the damage is Please let me do something Gabe, I need to concentrate I know I can help I can handle this Gabe stays right here He's an extra set of hands Fine You ready? Yes Good man Gabe, I need you to clean the wound, okay? Okay, yeah Kate I'm going to reach in and pull the bullet out I need you two to keep the wound open as wide as possible Take a side and pull on it Hard Okay Ew You're doing great You're doing great You're doing great Mamas Okay No? Oh God Oh God Oh God Schlecht Oh We're almost there We're almost there Gabe, grab that water I need you to clean this up Oh God Okay Okay Oh, okay What the hell? What did I do? What did I do? No That was the alcohol Oh God Fuck I'm sorry, Gabe Gabe It's okay She just got a shock I'll finish stitching her up And then we should talk Dann schreit sie wenigstens nicht mehr Okay, wir müssen Gabe finden Das war nicht seine Schuld Also, schon, aber Er hat sich mit Absicht gemacht